Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Ich bin hier in Miami, in dem wunderschönen Miami. Ihr könnt den Ausblick sehen von meinem Hotelzimmer in dem The W Hotel. Das ist wunderschön hier. Und ich werde ein Treffen veranstalten hier in dem Hotel The W. Wir werden uns treffen in der Lobby am Freitag, den 30. um 5 Uhr hier in Miami. Und ich hoffe, dass ich jeden sehe, der jetzt gerade in Miami ist, kommt einfach rüber, wir werden sehr viel Spaß haben. Heute haben wir gute Nachrichten. Schockierende Nachrichten, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe realisiert, dass die amerikanische Regierung sehr viel ausgibt. Sie gibt viel zu viel Geld aus. Und das ist eine Verschwendung. 20 Milliarden Dollar wollen sie ausgeben für irgendeine Steuerregulierung. Um irgendeine Steuerregulierung durchzubekommen. Und wir werden darüber reden. Ich dachte mir, was? What? What? Huh? 28 Milliarden? Für was? Wow. Aber trotz allem, wir werden auch darüber reden. Und wisst ihr, es gibt mehr Beweise, dass die Wale und die Institutionen, sie kaufen nicht hier in dem 40.000er Bereich. Nein, das tun sie nicht. Das sind die Kleinanleger. Sie haben bei 30.000 gekauft und sie kaufen, wenn du verkaufst. Und wir werden uns die Beweise ansehen, in der heutigen Sendung, in den Nachrichten, die ihr benutzen könnt. Also als erstes werden wir darüber reden, über die Crypto-Bubbles und wir werden uns sie ansehen. Aber bevor wir das tun, denkt dran, das ist kein finanzieller Rat. Bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr irgendein Geld in den Markt investiert. Okay, also lasst uns rübergehen zu den Crypto-Bubbles. Oh mein Gott. Also, wie ihr sehen könnt, ist das gepreist in Bitcoin. Ich weiß, viele von euch würden das gerne in US-Dollar setzen. Und dann siehst du, oh, das ist sehr viel grüner. Aber, das zeigt dir nicht den richtigen Wert. Weil wisst ihr was? Der US-Dollar verliert seinen Wert sehr, sehr schnell. 25% im Jahr ungefähr. Oder vielleicht sogar mehr. Und nur, weil das sich nicht direkt in den Preisen reflektiert, die 25% jetzt gerade, aber ich bin mir sicher, dass es in manchen Fällen schon eintrifft, aber es kommt auf uns zu. Und jetzt sind die Inflationserwartungen sehr hoch für die Amerikaner. Und schaut euch nicht die Preise an. Schaut euch die Geldmenge an, die gedruckt wird. Das ist das Wichtigste. Das ist das Einzige, was zählt. Weil der Preis, der wird nachziehen. Ja, und in bestimmten Fällen wird der Preis auch nicht nachziehen. Weil durch verschiedene Innovationen werden wir das schaffen, verschiedene Preise billiger zu machen. Ja, ich stimme damit überein. Sie werden vielleicht Möglichkeiten finden, bestimmte Preise niedriger zu halten. Wie zum Beispiel die Hot Dogs verkleinern. So, dass sie nur noch so groß sind, anstatt so groß. Für den gleichen Preis. Und das ist absolut schwachsinnig, wie manche Leute das nicht sehen können, wie sie behandelt werden in diesem Markt. Und was dazu führt, dass es all die Leute nicht schaffen. Und sie wundern sich, warum schaffe ich das nicht? Vertraut mir, haltet keine Dollar. Kümmert euch nicht um die Dollar. Kauft euch irgendwas anderes. Gold, Silber, Bitcoin, Ethereum. Sammelt die Sachen. Die Sachen, die Wert haben. Und nicht den Dollar. Also macht das, solange ihr es noch könnt. Also, wenn du interessiert bist zu traden, die Altcoins, und du möchtest mehr Bitcoin, weil das ist das Wichtigste, dann könnt ihr das tun, indem ihr rübergeht zu www.davinci-codes.net-videos und dann bekommt ihr freie Videos, genau hier, wie man die Little Old Lady Strategy macht. Und es ist sehr hilfreich und sehr effektiv, um mehr Bitcoin zu verdienen. Und es ist absolut frei. Okay, der parteiübergreifende Infrastrukturvertrag des US-Senats erhöht die Krypto-Steuer um 28 Milliarden US-Dollar. Also, so wie das geschrieben ist, hört das sich so an wie, oh, 28 Milliarden waren die Steuern von den Kryptowährungen? What? Also, wenn du hier unten weiterliest, der US-Senat genehmigt den parteiübergreifenden Infrastrukturvertrag im Wert von 550 Milliarden US-Dollar. Der auf Transport- und Energiesysteme abzielt. Durch kurzfristige Ergänzung des Deals erhob der Gesetzgeber jedoch eine zusätzliche Krypto-Steuer in Höhe von 28 Milliarden US-Dollar. Der Infrastruktur-Deal zählt darauf ab, einen Teil des Deals durch die Erhebung von Steuern auf Krypto-Transaktionen zu finanzieren. Okay, also, versteht ihr, was Sie damit sagen wollen? Sie nehmen 28 Milliarden US-Dollar. Milliarden. Nur um irgendein Steuergesetz zu erschaffen und irgendeine Regulierung, sodass Sie Steuern von deinen Kryptowährungen nehmen können. Dafür zahlen Sie 550 Milliarden. 550 Milliarden. Das ist sehr viel Geld. Denkt darüber nach für eine Sekunde. Die Regierung will 28 Milliarden US-Dollar dafür ausgeben, nur um irgendein Gesetz durchzubringen, um mehr Steuern auf Kryptowährungen zu nehmen? Indem Sie einfach nur Bürokratie erschaffen und irgendwelche Gesetze und Regulierungen. Das war's. Das ist alles. Wisst ihr, Sie müssen einfach nur, ich verstehe das nicht, was abgeht, Sie müssen einfach nur sich hinsetzen und was aufschreiben, ja, du willst mehr Steuern zahlen, okay, also wenn irgendjemand was verkauft oder kauft, wird irgendeine Steuer darauf behoben und das kostet den 28 Milliarden US-Dollar, auf diese Idee zu kommen? Denk darüber nach. Denk darüber nach. Glaubst du nicht, die verschwenden dein Geld? Und das sind die Leute, denen du deine Steuern gibst. Und sie müssen 28 Milliarden US-Dollar ausgeben von deinem Geld, weil das ist dein Geld, wenn du in Amerika lebst, nur um dieses Gesetz zu erstellen, um Steuern zu erheben. Und ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Oh Mann, also wisst ihr, wir haben eine private Telegram-Gruppe, wo ich meine Trades teile und euch zeige, was ich kaufe und natürlich auch haben wir Lee in der Gruppe. Er tradet auch in unserer Gruppe und wenn ihr daran interessiert seid, er zeigt auch Altcoin-Trades auf bestimmten Altcoins. Also wenn du daran interessiert bist, das zu daytraden oder irgendeinen bestimmten Altcoin traden möchtest, Lee macht das sehr gut und er hat diesen Trade hier geteilt, diesen Kauf auf Luna, gepreist in US-Dollar-Teller und ihr könnt sehen, dass es 40% angestiegen ist. Also du hast 40% Profit gemacht und er sagt sogar, dass es bis zu 80% hochgehen könnte oder sogar weiter. Also ja, wenn du daran interessiert bist, geht sicher, dass ihr rüber geht zu davincij15.com und abonniert heute noch. Es macht sehr viel Spaß und ihr könnt richtig gute Trades sehen, die wir machen hier. Paypal, Transaktionserlöse im zweiten Quartal steigen um 17%, Top-Gewinneinschätzung. Oh mein Gott. Wow. 17%. Und wisst ihr, warum sie 17% angestiegen sind? Wegen der Kryptowährung? Und wisst ihr, ich bin sicher, die Banken sehen sich das an und denken sich, ich will auch. Also ja, das wird die Banken dazu bringen, einzusteigen in dieser Krypto-Gang sehr, sehr schnell und da wir gerade darüber reden, einzusteigen in die Krypto-Gang, Robinhood, sie haben auch was Gutes gemacht und sie gehen jetzt öffentlich damit und es gibt ein paar Sachen, die du darüber wissen solltest. Robinhood reserviert bis zu 35% der IPO-Aktien für die Kunden. Also wenn du Robinhood benutzt, ich habe keinen Link in der Beschreibung für Robinhood, aber wenn du das benutzt, dann bekommst du Zugang zu deren Aktien. Und der gelistete Preis liegt zwischen 38 und 42 Dollar und auch die Krypto-Ambitionen von Robinhood sind größer als die meisten Leute glauben, weil sie werden wirklich in Krypto einsteigen, weil das ist, wo das Geld ist. Und du, wenn du das jetzt siehst, du bist früh. Du bist super früh. Egal, wo du dein Geld reinsteckst, solange es in etwas Solides ist, wenn du es für 5 bis 10 Jahre hältst, also wenn du es für mehr als 5 bis 10 Jahre hältst, geht sicher, dass es etwas wirklich Solides ist, versuch es nicht zu halten, so wie Cardano 5 bis 10 Jahre, weil das wird schmerzhaft. Und ich sage nicht, dass du keine Profite machst mit Cardano. Das sage ich nicht, das kann ich nicht sagen, aber es ist einfach nur, dass Cardano, es wird keinen einfachen Weg haben, es wird sehr schwierig für Cardano und aus dem Grund, es wird nicht oben bleiben. Wenn es pumpt, von dieser Spitze, die es bilden wird, wird es um die 95% dumpen, wenn es wieder runterkommt, von dieser Spitze, also du willst es nicht halten, zu den Zeiten, es sei denn, du willst es wirklich halten und du glaubst wirklich daran, wie so ein Bitcoiner und haltest einfach, aber es gibt so viele Sachen, die da schief gehen könnten, weil Ethereum ist der Marktführer und höchstwahrscheinlich wird es zu einer 80%igen Korrektur kommen, bei Ethereum, aber du weißt, dass Ethereum nirgends wohin geht und Dogecoin ist noch ein Risikofaktor, aber Dogecoin wird höchstwahrscheinlich noch eine lange Zeit hierbleiben, wegen dieser ganzen Meme-Kultur, aber geht sicher, dass ihr große Namen besitzt und dann werdet ihr okay sein, wenn du das kaufst, langfristig gesehen, okay, also Robinhood könnte eine riskante Investition sein, ja, ganz klar, offensichtlich, jede Investition ist riskant, du musst einfach nur verstehen, was deine Risiken sind und Robinhood könnte scheitern oder falsche Entscheidungen treffen, mit dem ganzen Firmenmodell und aus dem Grund hast du dieses Risiko, Robinhood hat bereits Gewinne gemacht, das ist immer gut, das ist immer was Gutes, ich verstehe einfach nicht, wie die Leute Tesla-Aktien kaufen, es gibt keinen Profit und sie werden auch keinen Profit machen, ich weiß nicht, woran die denken, okay, lass uns zu dem nächsten Artikel rüber gehen, Ripple startet ersten On-Demand-Liquiditätskorridor in Japan, was das bedeutet, ist eigentlich, sie geben Liquidität für die Vermittlung Was bedeutet Liquidität geben? Also, wenn du etwas kaufen oder verkaufen möchtest, wenn du was traden möchtest, dann musst du jemanden haben, der bereit ist zu kaufen, also wenn du was verkaufen möchtest, dann musst du jemanden haben, der was von dir kaufen will und wenn du kaufen willst, musst du jemanden haben, von dem du was kaufen kannst und wenn du das nicht hast, dann musst du den Preis bewegen, um jemanden anzuziehen, ob du jetzt entweder was verkaufst, musst du das zu einem niedrigeren Preis verkaufen, um jemanden anzuziehen, der es kaufen möchte und wenn du etwas kaufen möchtest, musst du den Preis richtig setzen, vielleicht einen höheren Preis, um irgendeinen Verkäufer anzuziehen. Also, das bedeutet, dass es nicht genug Liquidität gibt, weil es nicht genug Leute sind, die interessiert sind, zu kaufen oder verkaufen, um dir das gleiche zu geben, von dem Preis und dir den richtigen Preis zu geben und das ist, wo Ripple ins Spiel kommt. Sie geben die Liquidität und diesen Vergleich von dem Preis, von dem Wert, so dass du nichts verlierst, so dass du nicht, wenn du etwas kaufst, dann musst du nicht einen super hohen Preis bieten, um den Verkäufer zu kriegen und wenn du was verkaufst, musst du nicht einen niedrigeren Preis setzen, um irgendwelche Käufer anzuziehen, die es von dir kaufen. Okay, also, das ist das Wichtigste bei Ripple. Okay, lass uns weitermachen mit dem letzten Teil von heute und das ist, und zwar, Bitcoin-Wale haben in den letzten 10 Tagen Bitcoins im Wert von 1,5 Milliarden Dollar gekauft. Also, ich glaube, die haben die meisten bei den 35.000 Dollar Bereichen gekauft, aber wenn ihr hier liest, laut Analysten von Sentiment handelten Bitcoin-Wale, die zwischen 100.000 und 10.000 Bitcoin hielten, sie handelten gegen die Panik der kleinen Privatanleger, die aufgrund des Rückgangs der Kryptowährungspreise im Mai erfasste. Schaut euch das an. Das ist ganz klar. Wenn du verkaufst zu einem niedrigeren Preis, dann verkaufst du an die Wale. Aus dem Grund, der einzige Weg, der einzige Weg, wo Institutionen kaufen dürfen, Bitcoin oder irgendein Markt, ist in einem abwärtsbewegenden Markt. Wenn die Leute Angst haben und panisch sind, dann haben sie die Ruhe, um zu sagen, ja, ja, ich kauf das und ich bekomme einen Rabatt. Mir gefällt das. Also, also geht sicher, dass ihr an den Höhen verkauft und nicht am Boden verkaufen und dann kauft die am Boden und verkauft an der Spitze und nicht umgekehrt, weil das ist, was sehr viele Leute falsch machen. Sie kaufen die Höhen und verkaufen den Boden immer und immer wieder. Mach das bitte nicht. Das ist, wie du eigentlich Geld verlierst und nicht profitierst. Wenn du im Minus bist mit deinem Bitcoin, die du gekauft hast, also wenn du die Spitze gekauft hast, halte einfach nur, du wirst in Ordnung sein in einer relativ kurzen Zeit. In einer relativ kurzen Zeit. Also halte einfach nur fest, du wirst profitieren, weil Bitcoin wird noch sehr viel weiter hochgehen. Also ich freue mich darauf und ich hoffe, ihr freut euch auch, weil es ist immer toll, um zu sehen, dass dein Reichtum sich vermehrt. Aber geht bitte sicher, wenn ihr euer Reichtum vermehrt, dass ihr einen Plan habt, was ihr machen wollt damit und wie ihr das investieren wollt, so dass es dir besser geht und deiner Familie besser geht. Weil Bitcoin ist echt. Bitcoin ist hier, um zu bleiben und ihr müsst ein Teil davon sein. Ciao.